Die Welt dreht sich schneller. Prozesse werden effizienter, der Termindruck im Baugewerbe steigt von Tag zu Tag. Sie wollen Ihre Durchlaufzeiten erheblich verkürzen, Sie wollen zugleich einen einfachen, schnellen und sicheren Abholprozess und Digitalisierung ist für Sie kein Fremdwort? Holzim Roadrunner, eine Gemeinschaftsentwicklung mit Rio, bringt Ihnen die Zukunft auf die Straße. Und so einfach geht's. Ihr Fahrer fährt wie gewohnt zum Werk. Mittels Geofencing erkennt die App, wo sich das Fahrzeug befindet und nach Eingabe des Kennzeichens lädt Holzim Roadrunner alle verfügbaren Aufträge für das Fahrzeug. Nachdem auch der Verwiegeprozess durch den Fahrer bestätigt wurde, kann er sich mit der Lieferung auf den Weg machen. Der Kunde kann mittels Track & Trace jederzeit den Lieferstatus einsehen. Sobald der Auftrag an der Entladestelle abgeschlossen ist, kann der Lieferschein mit einem Klick generiert werden und der Kunde kann Fotos der Lieferung digital einsehen. Holzim Roadrunner, powered by Rio, sorgt für einen sicheren Prozess, verringert die Durchlaufzeiten erheblich, generiert automatisch Lieferscheine und bringt den nächsten Schritt der Digitalisierung auf die Straße. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020